Napoleon nannte den Markusplatz den schönsten Festsaal Europas. Jedes Jahr kommen mehr als 14 Millionen Touristen aus aller Welt hierher, stehen Schlange, um die Markuskirche und den Dogenpalast zu besichtigen. Gleich neben dem Markusplatz mündet der Kanal Grande in die Lagune von Venedig. Die Stadt auf dem Wasser ist ständig vom Untergang bedroht. Die Architektin Silvia Raffaello lebt seit 15 Jahren in Venedig. Einer ihrer Lieblingsplätze, die Academia-Brücke. Das ist einfach wunderbar. Wir sind hier von so viel Schönheit umgeben, alles atmet Geschichte. Als Architektin hier in Venedig zu arbeiten, das ist natürlich anders als irgendwo sonst auf der Welt, denn hier müssen Architekten in erster Linie bewahren und verwandeln. Die Herausforderung für Architekten, die Geschichte der jahrhundertealten Gebäude im dritten Jahrtausend sinnvoll vorzuschreiben. Ich mag den Palazzo Franchetti unheimlich gern. Das ist mein Lieblingsgebäude hier. Ich möchte, dass wir solche Bauten außen erhalten und innen verändern. Der Palazzo Franchetti, ein Prunkbau aus dem 16. Jahrhundert, beherbergt seit 2009 ein Museum für Glaskunst. Zeitgenössische Kunstwerke neben 100 Jahre alten Lüstern, die von venezianischer Glasbläserkunst zeugen. Venedig ist bekannt für seine lange und reiche Geschichte, aber die Stadt ist auch offen für Neues. Eine Fahrt mit dem Vaporetto, dem Busersatz in Venedig, ist wie eine Reise durch Venedigs Geschichte. Viele dieser Häuser wurden schon im 12. Jahrhundert gebaut. Über die Rialto-Brücke spazierten schon berühmte Persönlichkeiten wie der italienische Dichter Dante oder der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Schon immer zog Venedig Künstler magisch an. Das ist der Palazzo Grassi. Hier wurde gute Arbeit geleistet und im Inneren alles komplett umgebaut. Der französische Multimilliardär und Kunstsammler François Pinot kaufte den Palazzo Grassi, um dort seit 2006 seine Kunstschätze auszustellen. Die Sammlung zählt zu den größten zeitgenössischen Kunstsammlungen der Welt. Im 16., 17. und 18. Jahrhundert waren alle wichtigen Künstler der Zeit in Venedig kreativ. Warum sollte das aufhören? Venedig ist immer noch eine sehr lebendige Stadt. Der Lido. Seit 80 Jahren treffen sich hier beim Filmfestival Kino-Stars aus der ganzen Welt. Venedig ist auf mehr als 100 Inseln gebaut, die durch über 400 Brücken miteinander verbunden sind. Mehr als 150 Kanäle dienen als Straßen. Der gesamte Verkehr findet auf dem Wasser statt. Am besten kann man die Stadt deshalb mit den traditionellen Gondeln erkunden. So sieht man auch die versteckten Ecken von Venedig. Der Alltag der Menschen, die in Venedig leben, ist von der ungewöhnlichen Geografie der Stadt geprägt. Die sorgt für ein außergewöhnliches Lebensgefühl. Es ist eine ganz besondere Stadt, eine langsame Stadt. Man muss immer zu Fuß gehen durch die Straßen, über Brücken, aber das hat eine interessante menschliche Dimension. Man grüßt die Leute, die man trifft und kommt ins Gespräch. Da es keine Autos gibt, bewegt man sich zu Fuß durch die Gassen und trifft dabei unheimlich viele Bekannte. Ihren Feierabend verbringen die Venetianer, wo etwas mehr Platz ist. Wie hier am Campo Santa Margarita oder an der Strada Nova. Bei einem Glas Prosecco und Antipasti. Ein perfekter Auftakt für einen Abend in der magischen Lagunenstadt.